du meinst du nicht etwa, dass er hier jedes Spiel anguckt? Ta-daaan! Also ich hab umgestellt auf... automatisch, nachdem ich die Kritik gehört hab im... auf Video... an meiner Person. Ist was durchgekommen auf Video auch? Na, irgendwie bin ich nicht bereit, ich sitze noch nicht richtig. Ich bin... ja... Du bist im Stehen, oder was? Na, ich... ich lieg auf der Couch. Ich hab so... Na, so seitlich... Ich kann den liegen gar nicht spielen. So seitlich liegend... mit einer... einer Polsterung unten, sozusagen. Auf der ich schräg oben liege. Aber die hab ich nicht eingerechnet. Ich liege am Ellboden, das ist sehr unangenehm. Ja, und am Fall stehen im Spiel auch eigentlich zu blau und flach. Das ist manchmal erstaunlich, wie diese unbeweglichen Abwehrspieler auf einmal an einem Vorbeirenntor... Ich hoffe, der vorhin hat dir hochgepasst, Jens. Was? Ich hoffe, der vorhin hat dir hochgepasst. Ja, aber ich... Das sind die hohen, die ich eigentlich machen möchte, wenn ich hohe mach. Nicht für den Kopf, sondern solche. Ich verstehe es halt nicht, warum der drei Meter hinter mir ist und dann auf einmal wieder vor mir. Obwohl ich da schon vorbei war. Schussknopf! Ne, ich hab noch gar nicht gedrückt gehabt. Ne, eher! Eher hält dich! Justausd. Schuss mal her. Soll ich euch schreif. Gott this onestevi sein. Ah. Die macht dann nochmal der Jens. Ja boi, 1-0. Witte eigentlich. Witte eigentlich. Witte eigentlich. Das war kein Pass von mir. Der hat ihn dann nur einmal gefordert, wo ich glaube, der hat den Pass gemacht. Warte. 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 Warte, jetzt wollte ich den auch noch hinterlegen, aber das dauert zu spät. Und wieder Freistoße. Ist klar, komm. Nur ein Quatsch, komm. Warte. Warte. Jetzt. Genau. Oh nein. eine da ist wo die wir sind dabei ne egal er gibt es sowieso die Karte die Worte ich dachte es geht es nicht aus Den andecken und man dachte, okay jetzt, aber nein. Naja, doch gut. Ich bin nur umgehauen. Im Pro-Evo konntest du ihn austricksen, indem du den Vorteil genutzt hast. Dann hat es keine Gelbe gegeben, im letzten Teil, den ich gespielt habe. Kraft Pro-Evo. Ja. Also im 13er war das. Hmmm, sorry. Routermann, Jens kurz anzuspielen, der Jens legt mich da durch. Dann haben wir... Ja, doch, ihr wart beide auf dem Weg nach vorne. Einer ist links, einer rechts gelaufen. Nächste Mal. Das Reich ist besser. Du hast recht. Oh. Ah, schade. Ich wäre fast zu grün gekommen. Hey. Hey. Sorry, sorry. Ich hab da... Ich glaub, die bin bald. Und hab gefordert, indem ich einen Pass gemacht hab. Ich war kurz du heute. Was? Ich war kurz du heute. Ich war kurz du wegen dem Pass gemacht. Ich hab da gesehen, den gelben Rand. . Ich hab da gesehen. Ja, oder? Ja, oder die haben es nicht gesehen? Ja, oder? Ja, oder? Nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. So, jetzt schauen wir mal mit dem Vorsprung in die Pause kommen, ich hole mich ein bisschen runter, nicht so viel drauf gebraucht. Wir haben gefordert, wir haben gefordert, wir haben gefordert. Dann doch am Drecks. Oder A. Ja. Ich weiß, was wir über die Zeit getragen, ist das? Nein! Ich habe eine Baucherin gehabt. Ich habe eine Baucherin gehabt. Ich werde das. Nein. Ich werde das nicht in den Bauchern gerufen. Boah! Ach! Geht jetzt mal pech mein Schritt! Kann jetzt! Aber jetzt! Gut aufgewiesen! Oh 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 oh! Das legt sich hin! Oh oh oh! Das legt sich hin! So, jetzt geht es! Gute Abwechnern! Schön im Weg gestellt, die ganze Zeit! Oben, ja! Abseits! 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 Nein! Abseits! Abseits! Ich bin extra genau auf der Linie! Und dann schießt das Ding aus 3 Metern! Aber ein schöner Angriff! Ja, war schön! Genau im richtigen Moment! Ah! Ich wollte ja gerade durchschicken! Aber ihr rennt auf einem Platz herum! Ja, machen wir schön. Wir machen alles im Groen. Wir machen alles im Groen. Im Groen-Rennen hier. Ach, das gibt's ja nicht. Ich hab sofort gespielt. Ich hab gleich gespielt. Aber er hat's nicht genommen. Ich hab ja nix gefordert. Gar nix. Ich hab ja nix gefordert. Nee, nee, nee. Versuch sofort weiter zu spielen. Den Pass von dem Groen. Ja, das war vorher, ja. Der hat ja mal den Ball sind, die er zurückgespielt hat. Mhm. Ich hab noch bei mir standen. Da krieg's ich. Ja, mein Freeport, ja. Bisi. Ja, ganz frei gewesen. Rechts und links aber. Naja, weiter geht's. Ja. Ich bin schön. Jawoll. 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 Ich ist ihm nett. Der Jens ist da. Jetzt mal. Lass mich strafen schießen jetzt. Was? Lass mich strafen schießen jetzt. Okay. Hahahaha. Woran ist sie faul? Siegerlicht. Ja, ich kann nicht hin. Ja, was? Ich-hahaha. Hey, 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 hey. Yeah, ich-hehaha. Jetzt wollte ich nicht in die Meter schießen, sondern ich bin kurz vom Sieg weg. Weg, unabsichtlich, nasse Hände, nasse Finger. Boah, pass auf dich Grön, du wärst frei gewesen, nur die Automatik hat's mir jetzt nicht zugelassen. Oder vielleicht hätte ich länger drauf bleiben müssen. Jawohl. Boah, wieder durch alle durch. Das ist gut. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. 2 4 5 6 8 9 10 10 11 los für die Spiegel wenn sie ungeduldig ja ich bin mit einer Fimlerkette fängt mir jetzt das an um 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 Schön, der No-Look-Pass sozusagen. Jawohl, wir waren an allen drei Toren beteiligt gewesen. Zwei Mal mit so einem Kopfball, Schussknopf und der Öfer. Das ist der eigene Jens. Danke. Kriege ich die Gange. Das erste und das dritte Tor waren ungefähr gleich. Ausputzer von mir auf den Jens und der am Jens. Brauche ich jetzt nicht einmal sagen, wer. Egal, Jens zu Jens. Ägal, Elie! Das nächste Mal. Egal, Jens. Guck. Boah, wenn wir immer einen Fall wieder da nehmen. Jawohl. Wieder. Abgestaubt. Mit Bande. Todi zu Jens, Jens zu Jens und Tor. Diesmal muss ich nur über Bande spielen, Jens, sonst hätte ich ihn nicht zu dir gekriegt. Ich werde fast reingelaufen. Also ich glaube, ich bin's eh. Ja, aber erst nach dem Schuss, glaube ich. Ja, so darf er schießen. Gutes Spiel. Ja, aber. Ja, aber. Ja, aber. A bo reiter. Ja, aber. Untertitelung des ZDF für funk, 2017